moin und willkommen zu einer neuen runde project high rise mit dem dlc las vegas wir haben zum abschluss der letzten folge hier einen ausfall von einem transformator zu beklagen gehabt jetzt haben wir hier ein bisschen strommangel jetzt sind die gerade dabei das wartungsbüro zu bauen hoffentlich schnell genug bevor hier gleich wieder zig leute ausziehen ja das der erste da ist der zweite jetzt haben wir das wartungsbüro ja jetzt geht er hin und repariert immerhin etwas dauert natürlich eine ganze weile da ist der nächste raus so schnell gehört so jetzt ist repariert jetzt haben wir eine produktion von 30 und die nachfrage von 29 jetzt müssten wir also noch ein stromgenerator bauen das wäre jetzt schon der vierte der hätte dann dieselbe unterhaltskosten wie der mittlere da hätten wir aber mehr energie können wir uns aber gerade nicht leisten können ja mal ja wir haben ja gleich mit der nacht machen wir mal weiter jetzt haben wir wieder knapp 1000 dollar gewinn gemacht jetzt können wir uns den mittelgroßen transformator leisten platzieren wir erstmal hierhin jetzt haben wir mehr als genug strom jetzt haben wir nämlich 80 vorher hatten wir 30 immer 10 pro kleine einheit der macht jetzt 50 jetzt haben wir erstmal ausgesorgt müssen aber jetzt erstmal neue büros bauen die müssen wir noch besetzen die haben wir schon gebaut da jetzt sind ja hier einige ausgezogen unter anderem auch hier das kleine café das ist ärgerlich so hier hier fehlt einer und da hinten auch die müssen sie noch abbauen dann machen wir hier wieder eine versicherung rein die sind nicht ganz so anspruchsvoll so hier auch eine versicherung da machen wir noch eine versicherung rein jetzt brauchen wir hier noch ein kleines rest mit kaffee und frühstück ja genau das passt der hat der mittagessen und hier gab es kaffee und kuchen einen anwalt können wir hier noch ran nehmen dann haben wir noch kreative die bringen ordentlich gilt ein so der hat gerade irgendwie kein interesse gehabt keine ahnung warum so haben wir kopiercenter und kurierservice das funktioniert so die miete ist zu hoch aber ich denke mal kopierservice ist unzureichend genau da brauchen wir noch einen zweiten die kommen hier nämlich nicht hinterher aber da fehlt uns jetzt das geld dadurch dass wir den großen strom transformator gebaut haben haben wir kein geld die miete ist zu hoch also so hoch ist das ja nun auch wieder nicht ich will ja auch mal ein bisschen verdienen hier sonst dauert das noch ganz schön lange bis wir hier zum hotel hier umswitchen können und hier die ganzen versicherungsmakler einer nach dem anderen wir bräuchten noch einen rechtsanwalt dann hätten wir die mission geschafft so ein kreativer ach den können wir nicht bauen weil wir kein geld haben kostet 150 dollar so warten wir mal bis mitternacht ob hier ein rechtsanwalt dazu kommt und schalten wir einmal kurz werbung kostet 88 dollar und glückwunsch unser einkommen haben wir geschafft kriegen wir 1500 belohnung ja und hier haben wir einen rechtsanwalt können wir jetzt nehmen und dann wenn er eingezogen ist haben wir die nächste mission geschafft und jawoll so schnell geht es nochmal 1000 dollar belohnung jetzt haben wir wieder ein bisschen geld also wir gucken einmal wasser brauchen wir nur für zwei cafés eins braucht irgendwie kein wasser wasseranschluss ist ja bei allen gelegt ja einer braucht kein wasser telefon haben wir acht von zehn ausgenutzt also könnten wir noch zwei bauen und strom haben wir jetzt erstmal mehr als genug gerade mal 45 prozent so machen wir noch zwei dann nehmen wir natürlich nur die kreativen die wollen aber auch noch wasserflaschen service so mitte ist zu hoch so mitte ist zu hoch einige sagen mitte zu hoch andere sagen alles gut so wir bauen dann erstmal ein wasserflaschen service der kopierservice ist noch unzureichen vielleicht ist das ja der grund dass einige sagen ist zu hohe mitte dann machen wir noch einen zweiten kopierservice und dann gucken wir mal was wir an neuen aufträgen hier nehmen 50 leute im gebäude wir haben jetzt schon 46 das können wir schon mal annehmen die mieteinnahmen auf 5000 12 mittelgroße büros und einzelhandel ist ja auch schon einzelhandel könnten in der ersten etage natürlich so eine einkaufsmeile machen mit ganz vielen geschäften machen wir mal einzelhandel als mission dann müssen wir gleich was wir bauen müssen vier kleine geschäfte können wir mal als nächstes in angriff nehmen und die büros hier unten machen wir noch nachher mit kreative oder so voll so acht stück das heißt wir bräuchten nachher noch einmal telefon machen wir aber jetzt erstmal noch nicht und dann für den fahrstuhl schon mal und da haben wir 50 leute im gebäude gerade wieder einige eingezogen 1500 dollar sehr schön erweitern wir die erste etage jetzt schon mal ein bisschen nach links da bauen wir dann gleich die ersten geschäfte auf die ersten kleinen oh die waren ja ein bisschen größer stimmt ja fast so groß wie zwei kleine büros so wollen wir schon mal zwei stücken zwei stück sind so wie dreieinhalb büros dreieinhalb dreieinhalb so und jetzt ist ja auch hier die einheit wirkt herunter gekommen die mussten ja auch mal renoviert werden das geht natürlich am ende des tages immer automatisch glaube ich zumindest dass das automatischen ging man kann natürlich auch jetzt anklicken und sagen jetzt schon mal schon mal sauber machen wir machen ja aber erstmal vier geschäfte ähm souvenir wein blumen drogeriemarkt zeitschriften lebensmittel machen wir erstmal lebensmittelladen ähm ja und da brauchen wir lagerraum genau so war es lagerraum die machen wir dann in einem neuen tiefgeschoss dann bauen wir erstmal die lagerräume so mal gucken wo das war lager genau da war das ja und die einnahmen steigen immer mehr natürlich auch durch die mission die wir abgeschlossen hatten oh der war ja ganz schön groß er geht bis zur hälfte der treppe müssen wir noch mal ein bisschen erweitern um zwei felder und dann können wir das lager hier hin bauen das hat dann platz für vier geschäfte die können dann ihre ware hier ablegen so die konjunktur der stadt ist rückläufig kleine unternehmen halten den ball flach und versuchen ihre mieten zu minimieren hoffen wir mal nicht gerade bei uns so neuer versuch lebensmittel jawohl jetzt geht das jetzt machen wir hier den ersten laden rein so verkauft lebensmittel und brauchen nur strom genau apropos strom brauchen wir natürlich auch ein verteilerschrank und stromleitung so das war einmal lebensmittel dann würde ich mal sagen machen wir hier ein paar zeitschriften rein im nächsten der braucht auch nur strom dann blumenladen ist auch immer eine schöne sache und ein souvenir shop ja machen wir was souvenirs t shirts und was auch immer aber das ist ja nur für touristen da wollen wir Weinladen hier gibt es Wein, Bier und Schnaps jawoll da machen wir mal unsere erste Shopping Mall hier vier kleine Geschäfte dann haben wir die Mission nämlich auch geschafft so was mit den Kollegen neun Büros müssen wir renovieren kostenpunkt tausend dollar so das geht doch irgendwie noch nicht automatisch oder musste man da noch einen extra Raum bauen schon wieder ein bisschen her dann machen wir es manuell so jetzt sind die Läden gleich alle fertig der Supermarkt der Zeitschriftenladen der Blumenladen und gleich der Weinladen und da haben wir den Auftrag abgeschlossen tausend dollar ja das ist ein schöner Abschluss hier und ja das war's für diese Folge ganz langsam steigern wir uns jetzt hier in die Höhe um erstmal ein gutes Grundgerüst zu haben mit unseren Einnahmen um später die Hotel Ära zu eröffnen hoffe ihr seid auch in den nächsten Folgen dabei hier bei Project Highrise Las Vegas würde ich mich sehr darüber freuen und ja dann auch vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder Tschüss